Hallo liebe Fischefrau, lieber Fischemann, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 27. bis 29. März aussehen wird. Beachte mit Thema Rauch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen und den Link zu deiner Jahreslegung für 2020. So, die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. So, Fische, Fische, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Zwei der Kelche. Fische, es gibt einen Grund dafür, dass ich die Ansprache so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, du glaubst das nicht. Ich weiß nicht, ob du mir glauben wirst, was ich dir jetzt alles erzählen werde. Ich habe hier zwei der Kelche. Acht der Münzen. Zehn der Münzen. Sechs der Stäbe. Dein Herzensmann, deine Herzensdame meint, ich werde dich erobern kommen, Baby. Und ich werde hier dafür sorgen, dass diese Partnerschaft in einer Ehe endet. Und ich bin bereit dazu, die ganze Arbeit zu machen für dich. Zwei hier, acht hier. Zehn. Ein glückliches, verheiratetes Paar. Fische. Fische. Machst du so oder so mit dem Kopf? Oder starfst du nur so gerade? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, das war, Entschuldigung, Spiegel verkehrt. Spiegel verkehrt. So kam das. Entschuldigung. Ich liebe dich. Ich werde hier an dieser Beziehung arbeiten, bis es in einer Ehe mündet. Hm? Ehe oder sonst das, was für dich die stabilste Form, also für euch beide die stabilste Form an Beziehung ist. Okay? Ich habe hier die hohe Priesterin und der Herrscher. Du hast jetzt weder geschüttelt noch genickt. Du hast einfach nur gestarrt, weil du nichts damit anfangen kannst. Du verhältst dich hier total zurückgezogen, Fische, und du bewahrst die Kontrolle. Du bewahrst die Kontrolle. Du lässt dich gar nicht beeindrucken hier von dem hier. Okay? Sehr zurückgezogen. Und dann hier der Herrscher macht keine Bewegung. Social Distancing. Top. Die Regierung wäre stolz auf dich. Okay? Bei deinem Herzensmann, deiner Herzensdame sorgt das hier für Albträume. Albträume verbunden mit dir. Hier haben wir zwei Nachtkarten. Hier ist ihre Verletzlichkeit. Dein Herzensmann, deine Herzensdame geht momentan durch eine sehr verletzliche Zeit. Und gepaart steht das für Albträume. Wenn nicht sogar physisch schlimme Träume. Was ist bei Fische los? Was hat Fische für Geheimnisse vor mir? Denkt sich dieser Mensch. Die hohe Priesterin ist immer geheimnisvoll. Vier große Arcanas. Vier große Arcanas. Kein Wunder lässt du dich von diesen kleinen Arcanas nicht beeinflussen. Du sagst, hey Inbal, die Gesamtsituation ist so schlecht. Ich kann dir das nicht glauben hier. Kann ich auch nachvollziehen. Kann ich auch nachvollziehen. Drei der Kelche hier. König der Münzen. Auf Seiten Herzensdame, Herzensmann. Ah, Fische. Keine Ahnung, warum ich das momentan immer wieder sehe, obwohl wir alle zu Hause sein müssten. Es scheint mir, wenn wir einkaufen gehen, einmal 20 Minuten am Tag, unsere Aufmerksamkeit so auf die Mitmenschen gerichtet ist. Weil zu Hause sehen wir ja niemanden oder nur die gleichen Gesichter. Umso besser beobachten wir jetzt unsere Mitmenschen. Und es scheint mir, wie momentan ganz viele jemanden treffen können. Und auch bei dir gilt das, Fische. Also wenn du dir da rasch was holen gehst. Toilettenpapier zum Beispiel. Weil die zehn Packungen in zehn Tagen ausgegangen sind. Die ausgegangen sind. Dann sei aufmerksam, Fische. Sorry, Leute. Fische, du könntest da jemanden antreffen. Und dein Herzensmann, deine Herzensdame macht sich hier ready für dich. Die wollen hier dir alles bieten. Die wollen dir ein Angebot machen, dass du nicht ablehnen kannst. Dass all diese vier großen Arcanas umkehren soll. Darfst dich auf was gefasst machen. Die bereiten sich hier auf was vor. Du könntest indessen jemanden treffen. Dir geht's gut. Dir geht's gut. Du lässt dich hier nicht verrückt machen von diesem Menschen. Ich werde jetzt hier... Ah, noch eine Info. Noch eine Info. Entschuldigung. Deine Monatslegung für April kommt am Samstag um 8 Uhr raus. Warum? Weil hier vor meiner Haustüre eine Brücke gebaut wird. Und das ist nicht normaler Baustellenlärm, den ich einfach... Den ihr und ich ignorieren können. Wir können das nicht einfach ignorieren. Die hämmern in den Boden. Die rammen da was rein. Und dann zittert sogar das Haus manchmal. Deswegen ist mein Zeitplan total durcheinander geraten. Es tut mir leid. Vielen Dank für euer Verständnis. Samstag um 8 Uhr kommt deine Monatslegung raus. Hier werde ich jetzt folgendes tun, Fische. Ich werde von Wider bis Fische alle Sternzeichen anschauen. Und schauen, wie jedes Zeichen zu dir steht. Und was sie vom 27. bis 29. März in Bezug auf dich tun werden. Dabei kannst du dir dann Mond, Venus, Aszendenz sowie Sonnzeichen deines Herzensmannes, deiner Herzensdame anschauen. Und diese Infos dann als Ergänzung zu dieser Legung hier nehmen. Okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.